Wie kannst du da kaufen? So, willkommen zurück zu Warlords of Draenor. Hallo. Äh, ja, wie geht's jetzt weiter? Äh, Quests abgeben. Ja, okay. Upsa! Was war das denn, ey? Hätte ich beworfen. Fliegende Eisenkugeln. Ey, da kommen Leute raus. Hörten. Technologie! Sowas wie Drop-Pots. Menschliche Kanonen googelt. Beziehungsweise Hockyship. Äh, äh. Da kann ich. Da ist Gold und das hier geht. Ring! Meine Eier. Nein. Zum Glück nicht. Äh. So, mein Gear-Level steigt jetzt. 488. Ach, der hatte noch Christ. Okay. So, jetzt hab ich zwei Quests. Hast du auch zwei? Ja. Speer getötet. Ja, du killst einfach alles, während ich zuguck. Ey, ich will wenigstens einen alleine killen. Okay. Dann kriegst du den. Die Horde hat hier einen Dienst zu leisten. Weil er sagt irgendwas. Schade, haben sie nicht vertont. Warum ich sie trotzdem umhaule, wenn sie mir vor den Kolben laufen? Weil ich es kann! Was müssen wir drauf machen? Stopp die Hinrichtung. Okay. Ah, hier oder? Ja. Der macht alles alleine. Hier müssen noch mehr sein. Hier. Hä? Jetzt bei mir nicht geladen. Und hier. Hier ist auch einer. Neue Animationen sind neu. Okay. Da ist jetzt ein Timer drüber. Wann das... Das ist so interessant. Okay. Ich hoffe mal, da kommt noch ein bisschen mehr. Weil so... Sonst wird das ein bisschen... Lame. Das ist noch das Intro Event von Mist of Pandaria. War einfach nur dieses Szenario. Ja. Was habt ihr im Kopf? So. Fralli. Loktaar Champion. Unser Verschlosser Eintwitz. Untersuchung der Invasion. Ah, die wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was da überhaupt los ist. Wir als Spieler wissen das ja. Da Skaro schon in der Zeit zurückgereist ist und da das verändert hat. Aber jetzt hier weiß man ja überhaupt nicht was Sache ist. Das ist so klein das Portal. Auf... Auf Draenor ist das ja riesengroß. Ich war fertig. Loktaar Ogar Champion. Frankhof auf Neta gerade. Kämpft mit Ehre. Ihr könnt euch das ja durchlesen wenn ihr wollt. Oh, ne Heizkette. Ah, ich hab ne 522er. Niemand wird uns unterjahren. Holy shit. Drei Quests. Ja, ja, ja. Ich find das so witzig, manchmal kommen wir so kleine Rauchwolkchen aus den Nasenlöchern von den Drachen. Aber Wolkenschlangen heißen sie ja hier. Asiatische Drachen. Äh, wo ist denn die Wurk? Ich kann auch was machen, ich kann auch was machen. Ja, Mann. One-Hit, Alter. Wahrscheinlich echt so ausgelegt, dass du die mit Low-Charakteren machen kannst. Warte mal, kann ich hier irgendwas liegen? Ja, ein Schild. Ich muss mich an dieses neue... Dinge am Boden anklicken-Symbol gewöhnen. Diese Hand. Vorher war das immer so ein Zahnrad. Das ist ein Zaubereser, nicht mehr eins. Das ist ein Zahnrad. Das ist ein Zahnrad. Achso. Dadurch, dass ich das gesetzt habe, ist... äh... Okay. Warte, ich muss noch mal eine Kleinigkeit einstellen. So. Ich glaub das... Irgendwas machen hier? Man muss immer was aufsammeln. Ja, ich frag mich immer gerade was. Ach, das da. Alles klar. Ich werd versuchen, die Parts immer so ungefähr 20 Minuten lang zu halten. Es wird nicht immer gehen. Weil manchmal ist es einfach doof, einfach mitten in der Instanz zu cutten. Eventuell werd ich das aber tun. Ah, guck mal hier, den muss ich umbringen. Was umbringen? Ich glaub was umbringen. Ich fliegen manchmal so komische Spitter in die rein. Das ist ja eine Information von mir. Dieser Schadensunterschied, ne? Ein bisschen. Ich mach 1,8k, du machst 9k. Das ist ein riesen Unterschied. Ayo, give me a ride. Es ist immer noch was markiert. Schachtpläne brauch ich hier noch. Hey, umdrehen! Zurück, zurück! Ja. Schachtpläne, Schachtpläne, Schachtpläne. Achso, ich muss die looten. Okay, danke. Kannst los. Ich muss da vorne noch hin. In die Burg da, oder was? Die müssen wir nicht töten. Lass uns irgendwas einsammeln hier. Da rein geht der nicht. Äh, hier rein. Ein Geist. Ne, doch nicht, lol. Jetzt tue ich es nicht. Ah, der Tote hier gibt ne Quest. Ich bin außer Reichweite. Was gibt ne Quest? Der Tote, der da liegt. Hä? Der Ork hier, der Grüne. Der gibt ne Quest. Oh, Telefon. Ich musste da rangehen. Ich pausier die Aufnahme. So ein Mist. Mir fällt ein, ich hab voll vergessen mit meiner Mutter abzuklären, was wir heute Abend essen. Ah, die Axt hier. Die müssen wir mitnehmen. Die in den Türrahmen steckt. So. Hier irgendwas. Den Typen da killen. Ach geil. Leute kriegen jetzt auch so einen Timer über... Wenn, wenn die irgendeinen... Debuff haben, der nach ner Zeit explodiert. So, jetzt noch die Burg hier irgendwas. Was musst du da machen? Garaus Schlachtpläne. Okay. Wieder irgendjemanden töten. Äh, lalala. Da zieht die Schmeißekammer. Äh, Junge, wo bist denn du? Du musst zuerst etwas anwesieren. Ich hab alles fertig. Ich noch nicht. Ich muss hier noch irgendeinen Typen umhauen. Das war hier ne Allianz wo? Ist da oben. Also draußen. Hier ist er doch. Wo denn? Oben. In der Mitte. Ich traf vorbei. Hier oder? Aha. Oben. Sind die Quest-Items zweimal da drin? Ich kann nur einmal looten. Ich kann nur einmal looten. Ich kann nur einmal looten. Das gebe ich mal ab. Das ist ne No-Level-Quest. Da brech ich mal. Ich mach nicht. Hm? Was denn? Ne Quest. Das ist sehr irritierend. Dein Horn des Winters wird mir als Debuff angezeigt. Ich hoffe mal das andere Interface geht bald wieder. Und Ehre. Und Ehre. Sie jetzt in Ehre. Hm? Die Horde hat hier einen Dienst zu leisten. Dann wird unsere Feinde in den Stamm. Dieses Land ist nicht mit Azeroth vergleichbar. Unsere Entschlossenheit wird siegen. Für die Horde. Seid gegrüßt. Okay. Achso, du bist schon dabei. Bin schon hier, ja. Dann teilen wir nochmal die eine Quiz. Was stimmt. Kommt. Doch nicht in Lo-Level. Mit diesen komischen Procken, die da in den Gegner reinfliegen. Robin, geh mal Out of Combat und nehm mich bitte noch mal ins Target. Das müssen wir hier schieben. Danke. Ich hoffe mal die Updaten in Xperia demnächst mal. Echt? Ah, bestimmt. Ich mag das hier gerade nicht so gerne. Achso. Kochtopf. Vergiften. Okay, jetzt kommen hier die ganz miesen Methoden. Ah, von denen fehlt mir noch einer. Danke. Das ist ja auch der buchen. Geben. fim. Geben. Geben. Echt? Na, bin ich wiederge senses. Ja, bin ich neu. cool stehe ich auf den ding hier drauf so war das alles ja ich muss mal die hier aus der verfolgung rausnehmen die dunkelmond hier haben mal Christ auch schon wieder telefon ich komme anders einstellen Okay. Äh. Boah. So. Was? Ausblenden. So. Okay. Äh. Ich muss abgeben immer noch. Möge eure Klinge niemals soft sein. Niemand wird uns unterjahren. Oh, ein Umhang. Unsere Entschlossenheit wird sehen. Gar mag der Klingendreher. Für die Harde. Item Level 490 ist, es, es, wird langsam höher. Ich glaube 496 brauche ich, um in SO11R reinzukommen. Kann sein, ja. Ich muss langsam noch Zeit. Ich brauche zu euch. So, was du, wie machst du? Ich warte für dich. Ja, ich bin hier, unter dir. Okay. Äh. Der neue Geist, äh, Spektralwolf oder Geisterwolf sieht ja wesentlich detaillierter aus als vorher. Höh? Okay, Freil ist hier gerade langgelaufen und verschwunden. Was muss man denn hier machen? Kommst du? Was muss man denn hier machen? Achso, da gehst du noch weiter hoch. Oh, weißt du noch Führungswechsel? Du weißt? Ja. Ich habe die ja noch gemacht, bevor die genervt wurde, ey. Da, da hast du mehr als fünf Leute gebraucht. Um es überhaupt hinzukriegen. Okay, und jetzt? Mhm. Äh, Combat. Na, du bist voll klein. Boah. Kannst du mich überhaupt tragen, ey? Boah, ich, ich ziehe schicke Linien hinter mir her. Ja, und ich sing noch weiter. Ist ein Trock gerade aktiv. Jetzt ist es weg. Ich habe meine Waffe gar nicht gebufft. Wo ist denn? Wo ist denn? Ah! Das haben sie entfernt. Moment. Flammen entfernen. Okay, das ist ein neuer Skill. 520er Schmuck. Und ein Mount. Äh, ne Lungenheit. Cool. Boah, 520er. Ey, geil. Kann losgehen. Ja, das ist ein Orkoma. Wir sollen Voyager fahren. Ja, ist ja jetzt der Kriegshäubleng. Dann munken wir das mal. So. Achso, äh, falsch. War gerade richtig dumm. Da war gerade einer von den Moonslingen. Das ist, äh, die beste Gilde hier auf dem Server. Die Weltrangliste Platz 7, glaube ich, oder so. Oha. Ziemlich, ziemlich, äh, gut sind die auf jeden Fall. Einfach Waldschopper. Wie hast du diesen Dreher gemacht, den Donut? Wie hast du den Donut gemacht? Einfach, entfernen und fliegen. Entfernen? Halten. Passiert bei mir nichts. Äh, halten. Beim Fliegen. Beim geradeaus fliegen. Ich meine mit dem Chopper. Achso, das meinst du, äh. Das ist mal ein Special. Ach, das Ding. Äh, falsch. Okay. Ja, Voidgen hat sich direkt eingenistet. Upp. Phasing. Sauronok, der Mystiker. Wer ist die denn? Achso. Ah, Endzeit. Okay, ja. Möchte dir was echt gruseliges sehen? Eisernes Sternchen. Äh, okay, was nehme ich denn? Plus... Wiedenskraft oder was auch immer? Äh... Äh... Das. Ja, stimmt. Können wir denn jetzt... Ach, 510 brauche ich dafür. Scheiße. Die sind dunkle Zeiten. Ja, gut. Äh, das war's mit dem Pre-Patch, äh, fürs Erste. Ähm, in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal die neue obere Schwarzwelsspitze anschauen. Dafür muss ich jetzt aber erstmal noch ein bisschen Gier sammeln. Das würde ich offscreen machen, weil das gehört nicht zum neuen Content. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.